Jetzt das Intro! Ist da Markus? Er hat gerade gegrüßt. Okay. Erzähl du was. Das Album kommt bald raus, Leute. Und wir sind jetzt beim Fotoshooting fürs Cover. Aber wann sagen wir noch nicht? Im Juni. Mehr sagen wir noch nicht. Und wir nehmen euch mit. Genau. Wir nehmen euch mit. Gib 5. Ich dachte wir geben uns 5. Okay wir geben uns 5 und dann geben wir der Masse. Film so. Ich filme jetzt einfach mal mit. Vielleicht will Markus ja auch was sagen. Was ich eher nicht denke. Was machst du? Okay, dann nehme ich meine doch mit. Du stellst dich so vorne hin? Ich? Ja. Zeitlich genau. Aber mittels. Und die Jungs. Ähm. Ich muss schon mal denken. Die Jungs. So. Und du daran. Und du daran. Genau. Du kannst ruhig den Mund leicht öffnen. Nein. Nein. Du kannst ja auch noch mal gucken. Du hast noch nicht. Ich mach das mal so. Ich fühle mich bei dir. Die Augen guckt ein bisschen bekifft. Was? Was? Den hat man jetzt ein bisschen weiter unten. Was war jetzt? Lächeln oder nicht? So, jetzt darfst du auch ein bisschen schlecht umgeben. Okay, wir waren mehr. Den Arm macht dich raus. Okay, bis in die Action! So, Anthroposum. Du kannst es hören? Ich kann mich nicht hören, das ist mein Ziel von Köln. Er ist der Weg, der ist mein Ziel, der ist alles möglich. Er ist der Weg, der ist. Der ist der Weg, der ist der Weg, der ist der Weg, der ist der Weg. So, jetzt machen wir den Weg... Außer meiner Augenbringer. Gute Idee! Johann ist... Jetzt musst du erzuhören, wie ist das? Danke, Herr. So, reich ich mal das hin. Jetzt müssen wir kurz mit dir machen. Musst dich gar nicht erobern, okay. Na, ein bisschen ernster. Noch ernster? War nicht der Blick ernster? Ja, die Lippen ernster. Augen ruhig auf. Der Kopf ist ein Stückchen hoch. Das geht doch schief. Ich weiß nicht, aber das ist okay. Das sieht schon gut aus. Aber der Kopf auch. Aber ich werde versuchen, dass ich den reflektionalisieren muss.